Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Ton, einschließlich Rahanhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personen, Kraftwagen und Kraftomnibusse, Radverkehr, Fußgänger, Verkehrszeichen, Viehtrieb, Straßenbahn, Kraftomnibus, Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhänger, Lastkraftwagen mit Anhänger, Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km pro Stunde fahren können oder dürfen, Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas, 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 Gespannfuhrwerke, Untertitelung des ZDF, 2020